Spectral Extra 895 ist eine Beispritzverdünnung, die in zwei Versionen erhältlich ist. In einer Spray-Version und einer fertigen Version, die mit einer Spritzpistole aufgetragen werden kann. Extra 895 dient zur Verbindung einer frisch aufgetragenen Klarlack- oder Acryllackschicht mit der schon vorhandenen Schicht. Die Verdünnung wird unmittelbar nach dem Auftragen jeder Klarlack- oder Acryllackschicht dünn aufgetragen, bis sich eine einheitliche Schicht bildet. Man kann das Präparat auch nur nach der letzten Schicht auftragen. Extra 895 in der Version zum Auftragen mit der Spritzpistole wird analog wie die Spray-Version aufgetragen. Wir können ihn nach jeder oder nach der letzten Klarlack- oder Acryllackschicht anwenden. Nach der Lackaushärtung muss die Verbindungsstelle der alten Beschichtung mit der neuen Beschichtung nur noch poliert werden. Spectral – Technik zur Erhöhung der Effizienz von Werkstätten, die für hervorragende Resultate sorgen.